Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Rezept. Heute habe ich mir gedacht, da nehmen wir uns ein Protein-Müsli von Fit Meals zur Hand, um genau zu sein, dass Low-Carb-Müsli, die Definition hier mit Kokos, Vanille und Super-Müsli. Link dazu natürlich wie immer in der Beschreibung und wir machen heute leckere Overnight Oats. Ihr könnt sie natürlich auch sofort danach essen. Also jetzt direkt zu den Zutaten, die ihr dafür braucht. Da hätten wir zum einen etwas Soja-Joghurt, pflanzliche Milch, ich habe hier Sojamilch genommen, natürlich eines der Protein-Müslis, einen Apfel, etwas Zimt und Himalaya-Salz. Das Ganze ist auch wirklich einfach gestaltet, also ihr nehmt jetzt einfach das Protein-Müsli, macht es auf. Gibt es in eine von euch dafür vorgesuchte, eine Schüssel. Ihr könnt natürlich auch eine Tupperbox machen, denn Overnight Oats sind ziemlich, ziemlich geil, um sie mitzunehmen. Da kommt erstmal das Protein-Müsli rein, dann gebt ihr den Joghurt unter. Ihr könnt natürlich auch normalen Joghurt nehmen, dann ist das Ganze eben nicht vegan und rührt es einmal schon mal unter. Im Anschluss dann nur noch die Sojamilch, eure Gewürze wie Zimt und Himalaya-Salz hinzugeben. Ich würde euch da wirklich immer empfehlen, Himalaya-Salz hinzuzufügen. Und wenn ihr es dann noch etwas süßen möchtet, das ist Silit, Erythrit oder eine andere Art etwas zu süßen hinzugeben. Ihr könnt dann natürlich auch Bananen nehmen, wenn ihr jetzt nicht so krass auf die Kohlenhydrate achten. Denn hier habe ich darauf geachtet, dass die Kohlenhydrate relativ niedrig gehalten sind. Wir sprechen hier von Low-Carb, nicht No-Carb. Die Nährwerte dazu aber in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das Ganze einfach nochmal unterrühren. Im Anschluss nehmen wir uns dann noch einen der Äpfel zur Hand. Den schneidet ihr zum einen in kleine Würfel und zum anderen dann noch in Scheiben, damit ihr das Ganze am Ende schön ausschmücken könnt. Die gewürfelten Äpfel dann einfach in eure Overnight Oats einrühren. Und das Ganze über Nacht oder für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sich alles mit der Masse vollsaugen kann. Das Ganze nehmt ihr dann natürlich hier raus, stellt es euch schön hin oder nehmt es einfach mit. Und wie gesagt, könnt ihr es dann mit den Apfelschnitzchen oder auch etwas Zimt noch ausschmücken. Ich finde Overnight Oats ziemlich genial, einfach weil es auch relativ schnell geht. Man hat was Leckeres zum Mitnehmen, man kann es aber auch so zu Hause genießen. Und ja, die Nährwerte sprechen natürlich für sich. Ich hoffe, das ist eine kleine Anregung für euch. Wenn ihr andere Kombinationen an Overnight Oats am Start habt, dann könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren mitteilen. Ich habe auf meinem Channel typisch Victor auch noch einige leckere Rezepte, darunter auch zwei Overnight Oats Rezepte. Zum einen Carrot Cake und das andere, ich glaube es war relativ schokoladig. Könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Alle Produkte, die wir hier verwendet haben, sowie auch die Nährwerte, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Macht's gut und ciao! . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020